Der Akku ist gleich leer, der Vlog hat nicht mehr angefangen, aber nichtsdestotrotz sind wir gleich schon durch. Nie mehr Sorgen um Geld! Ey, kannst du dich einfach verpissen? Das ist der Typ hier, heute! Kein Tor-Team-Güttel ist so sicher wie das Armen in der Schuze. Ne, Christian, Vorsicht, Vorsicht! Ey, Eggers, wir wollen die Seitlinge jetzt schon mal sehen, ne? Später, beim Tor-Jubel, zerreiß dich das Seko halt. Bei welchem Tor-Jubel? Team Sober Oktober. Du bist hier! Mit dem Painler! Mein Chef! Diesen jungen Mann hab ich heute zum ersten Mal getroffen. Es ist... Wow, Digga, voll daneben! Voll daneben. Machst du nichts. Team von Fritz. Absolut beschissen, die Jungs. Ich mach ganz, ganz flach, okay? Merk schon, das wird so eine Veranstaltung, wo jeder unbedingt gewinnen möchte. Feedback von einer Seite? Ich bin Gamer. Team Rewi. Haben fünf Leute abgesagt. Fünf Leute sind neu dazugekommen. Nur zwei Leute können nicht kicken. Guck mal denen vor. Hallo, darkness, my old friend. Wir sind tatsächlich im Halbfinale. Ich kann's gar nicht glauben. Das ist so eine Scheiße, wie ich im Halbfinale. Ich werde einfach gerade in diesem Moment während dem Frühjahr krank. Es könnte einfach nicht geiler verlaufen. Außerdem gehen Grüße raus an Zement. Und natürlich Grüße an Leute! Ich natürlich als Torwart wieder versagt, Digga. Im Halbfinale verloren. Vielen, vielen Dank an Trimix an der Stelle für die geile Einladung. Gehen wir Pipi machen? Lexi? Gehen wir Pipi machen? Und zwar nicht auf meinem Teppich. Wir kommen zu einem neuen Flogi hier auf Tüde. Tüde, der Kanal, auf dem es tütig zugeht. Wir fahren jetzt, holen erstmal Transporter for Transit und dann fahren wir bei Wohnungsdesign, laden die ganze Mabel. Zur Qualitätssicherung können vereinzelt Gespräche aufgezeichnet werden. Wenn Sie damit einverstanden sind, sagen Sie jetzt Ja. Ja. Jein. Ohne Porsche denke ich so, AAAAAAAAAN! AAAAAAAAAN! Wenn du hinten jemanden gefangen hast, ne? Könnt' dich dann machen. Könnt' dich gucken, was der macht. Ich hab meinen Wagen bei Six stehen lassen. Der Typ meinte noch aus dem Fenster, Lass'n' stehen, lass'n' stehen! Dass ich den Wagen nachher nicht wieder finde, ist eigentlich so klar wie das Glasglö- Hahahaha! Leute, schickt uns euer bestes Fake-Lachen ein. Das würd ich sehr, sehr gerne hier mit Flucci mit einbauen. Wichtig ist, beim Lachen ist immer, zeig ich's dir ganz kurz. Ernst? Hahahaha! Hahahaha! Du musst wirklich sagen, bei TÜN ist nicht schlecht. Hier, ähm, räum' jetzt meine alte Bude aus, die restlichen Sachen, die da drin stehen. Um das Ganze mit ein wenig Spannung zu versehen, haben wir uns überlegt, wir zählen uns Sturm-Masken aus. SWIFT! Der Magnet mit dem Staub! Hier sehen Sie Agatha bei der Arbeit Diggal! Ja, schau, und wollte da einiger auch! Ah, jetzt mal gucken, ich kann Schipi die Blex hat. Gissiiiinn! Anja, das ist meine Mutter. Bonjour. John Porno. Ich kann schon dragen raus und, äh, machen Ausladungen. Machen Sofa raus. Danke dir, dass du zahlst eine gute Stunde. Sehr, sehr gerne. Gute Stunden lang, 40 Cent. Lass'n's mal zwischen. Wir erinnern heute von so einem YouTuber. Grüße gange draußen aus Stuttgart. Der Inscope21 heißt der. Da hat jetzt vielleicht schon mal ein paar was davon gehört. Anni mir grad ein Video reinzog. Ist nicht so mein Humor. Ein Prachtstück. Also ein Kausstück jetzt hier. Streaming-Setup ist an Start. Ich seit fast einem Monat wieder nicht gespielt. Es ist einfach nur noch perfekt. Nee ehrlich, wir haben das gerade echt geil durchbekommen. Ich muss an der Stelle wirklich auch sagen, Tüde. Absolute Ehrenshüchser. Es ist halt funktionell. Also dieser Tisch, ich weiß nicht was ich mir dabei gedacht hab. Der ist irgendwie... Wie tief ist der? 1,50 Meter? So tief ist der noch. Oh Mann. Der ist auch noch irgendwie 2 Meter irgendwas lang. Und der nimmt halt wirklich den halben Raum ein. Aber egal, Hauptsache ich hab das Setup offen. Ich kann Videos schneiden und drehen, um euch abzufacken. Das ist die Hauptsache, oder? Meine aller intergalaktischsten. Das soll es dann wieder gewesen sein mit dem FLOG für heute. Ganz kurz eine kurze Sache. In eigener Sache. Ihr könnt gerne auf der Olakalabo-Website vorbeischauen. Wir haben jetzt die ganze Zeit Sachen available. Es wurden auch einige Sachen gerestockt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ansonsten, lasst hier gerne eine Bewertung damit. Ich hoffe, wir können die Roomtune noch innerhalb der nächsten 3 Jahre bringen. In diesem Sinne meine allergajusten. In diesem Sinne meine allergajusten. In diesem Sinne meine allergajusten.